So, und zwar müssen wir mindestens Gold... Ich hab jetzt sogar keine Ahnung mehr was Platin war. Echt nicht. Ich hab's verpinnt. Ich hab's echt verpinnt. Oh, hier war nichts. Hehehe. So, gleich mal neu starten. Alter, was war das denn? War das eine fucking Zunge? Alter, wie eklig, man. Mir fällt's auch erst jetzt auf, dass diese Stinktiere hier in dem Level auf ihrem Rücken einen kleinen süßen Totenkopf haben, Alter. Oh, wie niedlich, Alter. So, ich glaub, wir kriegen einen Triple-Akku. Huh. Viel getraut. Wieder viel getraut. Scheiße, ich weiß nicht, ob wir hier einen Gem für Dings brauchen. Ich hoffe einfach mal nicht. Da ist der dritte Akku. Sehr gut. Also kann ich einfach reindrehen. So, einfach durch die Jungle-Roller laufen. Und dann dürften wir es packen, denke ich. Das dürfte es sein. Jawoll. Also ihr braucht auf jeden Fall den Triple-Akku, weil damit seid ihr erstens viel, 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 viel schneller. Und zweitens... Ich glaub, man kann sich einfach in diese TNT-Kisten reindrehen. Das heißt, da könntet ihr sogar noch eine Sekunde gut machen. So, wir brauchen einen grünen Gem für den Edelstein dort. Deswegen, äh, Controller. Erstmal mache ich hier die Relikte fertig. Stückchen für Stückchen. Stückchen für Stückchen. Das läuft schon wunderbar. Wow. Okay. Oi, 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 oi. Nein, oi, oi, oi. Nein! Eeeh! Fuck, ey! Weil ich... Scheiss Trampeling genommen habe. So geht's natürlich auch. Sehr gut. Sehr gut. Der Delay drehen. Exquisite. Exquisite, mein Freund. Alter. Dass das so früh entklappt, alter. So. Aha. Ah, die sind jetzt ziemlich... Langsam... Scheiss doch die Wand an. Du Sau, alter. Wenn der uns das Platin gekostet hat. Ihr Penner, ey. Shit. Oh. Schon fertig? Lol. Okay. Das lief ja... Cleaner, als ich dachte. Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, Freunde. Das ist der Wahnsinn. So, Bowl, das haben wir. Upstream haben wir nicht. Upstream haben wir noch nicht den Key. Die letzten Edelstande mache ich zum Schluss. Ich mache jetzt erstmal die Keys alle. Ich hoffe nicht, dass es zu viele sind. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu viele sind. Weil ich mich wirklich nicht stundenlang bei diesen Keys aufhält. So. Aber diese... Letzten Level, also diese ersten Level, die laufen jetzt fast hier wie am... Schnürchen. Mal wunderbar hier. Vor allem sind sie auch einfach schön kurz und nicht so unheimlich lang. Die ersten Level hier. Okay, da habe ich die Kiste verkackt. So, da könnten wir theoretisch... ...den Gem dann holen. Machen wir aber später. Oh, Himmels Willen. So, ich muss... Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Hat nicht gereicht. Okay, also gleich mal wiederholen. Auch gleich mal mit was testen. Ich will mal gucken, ob unten bei der Gem Route nämlich die Kisten auch Zeitkisten sind. Falls das der Fall sein sollte. Oder vielleicht muss man wirklich einfach nur irgendwie teilweise ein bisschen schneller springen. Das kann natürlich auch sein. Ich versuche es erstmal noch so. Vielleicht einmal mit Opfern an der Pflanze. Da ist ein Kanismion. Oh, das habe ich natürlich vorhin nicht gemacht. Das verschnellert den Wand natürlich um einiges. Reicht das? 45 Sekunden. Ja. Aber auch erst nur gerade so. Es sind wirklich Millisekunden. Heilige Scheiße. Heilige, 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 heilige Scheiße. Jetzt möchte ich aber tatsächlich trotzdem nochmal kurz, ähm, wobei, soll ich das angehen? Wenn es so ist, dann werde ich es wahrscheinlich in der Guide sagen. Da spanne ich euch jetzt noch extra auf die Folter ab. Und ich bin nicht fies, Alter. So, Alter, wir haben die erste Insel schon komplett. Sehr gut. Up the Creed kommen wir komplett. The Lost City. Erstaunlicherweise. Temple Runes haben wir. Road to Nowhere haben wir ja auch. Boladesh haben wir. Sunset Vista haben wir. What the fuck? Wahnsinn. Weiter. Walltalk haben wir auch. Heilige Scheiße. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir so viele schon haben. Heavy Machinery haben wir noch nicht. Heavy Machinery haben wir noch nicht. Warum genau haben wir da verkackt? Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr, warum wir hier immer verkackt hatten. Deswegen haben wir verkackt. So, sehr gut. So. Genau, ich wollte mal diese Secret Route gucken. Ist nichts, okay. Dann können wir das Level so erstmal abbrechen. Wolltest du mal wissen. Ja, und jetzt ist es natürlich scheiße. Jetzt habe ich natürlich, äh, im anderen Level die Gem Route für die Kisten nicht gecheckt. Aber sehr wahrscheinlich wird es da keine geben. Da bin ich mir fast sicher. Falls es so sein sollte, dann gebe ich das natürlich auf jeden Fall nochmal an euch weiter. Okay. Ganz klare Sache. Oh, schöner Jump. Schön gesprungen. Bisschen auf Rambo gehen. Können ja nicht schaden. Nicht warten. Ich hätte nicht warten sollen. Autsch. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Interessante Kombinationen. Warum hat der jetzt gezogen? Machen wir es einfach so. Ist besser. Zack. Einmal rüber. Hier wollen wir voll ignorieren eigentlich. Ja, genau. Hier nicht ignorieren leider. Da hätten wir bestimmt das anders lösen können. Aber... Ich kann nicht immer voll Schnauze-Risiko gehen. In dem Fall hier schon. Geht's wieder runter? Ja. Ach. Kacke. Okay. Aber wir lernen. Okay, das geht scheinbar wohl auch. Ob ich jetzt nochmal so schön da hinten rüberkomme. Ne. Tu ich nicht. Schade. Okay. Nicht so schlimm. Okay. Ich kann riskieren. Das war aber ziemlich knapp. Nein. Warum gehen laufen die denn in die Richtung, Alter? Ach, Mann. Dringend. Okay, also ich kann auch mit der Kiste machen. Better safe than sorry. Ja. Ja, okay. Man muss es einfach sofort geradeaus runterlaufen. Dann geht das. Oh, shit. Boah, ich wollte mich da runter droppen lassen. Gott. Dann ist es zum Glück quasi direkt mit mir. Ein, warum gehst du jetzt los? Der geht zweimal los. Was ist das denn? Oh, hell. Direkter Drop und laufen. Und es hat nicht gepasst. Ich weiß nicht, warum. Ja. Gut. Ich brauche den Akku wirklich mit mir. Es ist ganz... Wieso war der jetzt oben? Jeder nicht an den... Ich musste mich an... An meine Ober... Moment. Ich musste mich oben... An der Nase... Kranz nochmal in die Nase. Scheiß Gas, ey. Echt. Behindertste an diesem Level. Wirklich. Not this time. Not this time. Dann können wir auch einfach Down-Drop machen. Hopp. Hätte ich fast vergessen. Oh mein Gott. Wow. 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 GG. Echt. Pff. Das gibt es echt nicht. Dieses verfickte Gas, ey. Echt. Kann nicht wahr sein. Jetzt hat es auch ohne geklappt. Heißt das, ich habe jetzt unten ganz anders? Mal gucken. Nee. Nice. Jetzt mache ich aber hier einen Fehler. Habe ich vorher noch nie gemacht. Gas ist zu. Gas ist zu. Gut. Ich muss wirklich gucken, ob das Gas zu ist. Das ist ganz wichtig. Oh, ich bin fast rein ins... Scheiß Rohr da. So, kein Risk. Ich muss halt einfach warten, leider. Klopp. So. Einfach einmal warten. Kann nicht so schmerzhaft sein. Ja. Ich konnte gerade nicht sehen, wo es da runter geht. Schauen wir es auch ohne, die Dreier. Jawohl. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr schön. Thumbs up. King. ua13- Tschüss. Wiearemos die divergence. Bis zum nächsten Mal, among den temperatures ist. Bis zum nächsten Mal, gegen den comedy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Les electromagneticس. Vielen Dank.